Ey Jaka, du warst in Rohats Video. Laber keinen Scheiß, Bro. Ich glaube, ich hab das Video gefunden. Wie niemand checkt, dass er die R9-Kombis für Reichweite nutzt, weil dadurch mehr kommentieren und dadurch seh... Wer ist er jetzt? Leute, die solche Kommentare... Wo kommt der R? Hä, was ein komischer Clip. Das Video von mir geht irgendwie 30 Sekunden und er schaut sich die ersten 5 Sekunden an und sagt, hä, wer ist das? Ey, kann ich natürlich voll nachvollziehen, wenn jemand keinen Bock auf meine Videos hat, aber wieso lässt dein Cutter nur die ersten 5 Sekunden drin? Lass mich doch dann komplett raus oder lass das ganze Video laufen. Man kann sich aber auch das Video nur 5 Sekunden anschauen und sich dann über die Person lustig machen. Geht natürlich auch.